So, einen wunderschönen guten Morgen, ich begrüße Sie ganz herzlich zum guten Morgen Börse gemeinsam mit XTW, heute ist Mittwoch, der 4. Oktober 2023, gestern war Feiertag, heute wollen wir wieder einen Blick auf die Märkte gönnen und wir wollen uns wieder einen Blick gönnen natürlich auf die Entwicklung, die der ein oder andere mit Sicherheit schon mitbekommen hat, nämlich in den Zinsmärkten, am Zinsmarkt in den USA. Es gibt einen riesen Run folgend auf die FED-Leitzinsentscheidung am 20. September, der ein oder andere ändert sich ziemlich genau vor zwei Wochen, hat die FED ja eine klare Kommunikation in Richtung Wir werden den Leitzins länger höher als erwartet verweilen lassen bzw. nicht so aggressiv voranschreiten im Hinblick auf Zinssenkung, wie der Markt es erwartet hatte, querstrich, wie der Dotplot es noch vor drei Monaten suggeriert hatte im Juni. Und in Folge dessen kommt es gerade aktuell zu einem richtigen Sellout, sei es in Gold, sei es auch beispielsweise im TLT, das heißt also im Zinsmarkt an dieser Stelle, TLT ist der ETF, der 20-Jährige und Plus-Bonds über einen ETF entsprechend abbildet. Und mittlerweile sind wir so stark bei denen, oder das Sentiment ist so einseitig, dass ich mir mehr oder minder sehr zügig einen richtigen Snapback vorstellen kann, sollte der entsprechende Dominostall fallen. Das heißt nicht, wir sollen jetzt long sein, aber es ist zumindest mal so, wir sollten uns auf einiges an enormer Volatilität nach diesem Run auf der Unterseite vielleicht zunächst auf der Oberseite einstellen. Was ich genau damit meine, in wenigen Sekunden gibt es diesbezüglich mehr. Bevor wir ganz offiziell starten, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Die Visa und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hierfür nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Sich dann auf xdb.com slash de kostenlos eine Demo herunter, teste den Handel risikofrei, schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ein eignet, sofern man das für sich mit Ja beantworten kann. Hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu öffnen, diesbezüglich alle Informationen verständlich sind, findet ihr auf xdb.com slash de. Kurz eine eigene Sache, alles, was ich in den vorigen Minuten präsentiere, bitte nicht als Anlageempfehlung missverstehen. Es handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives Event. Bitte das berücksichtigen. Ihr könnt gerne eure Fragen in der Kommentarfunktion unterhalb des Videos stellen, die werde ich gerne beantworten, auch im nächsten Event hier live, aber nichtsdestotrotz bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Hier haben wir die Kontaktdetails nach dem Umzug in einem Berliner Büro, jetzt auch mit Berliner Telefonnummer, an dieser Stelle E-Mail-Adresse info at fx, info at xdb.de. Wer lieber mit schriftlich, schriftlich mit xdb in Kontakt treten möchte, hier einmal die Daten, die dazu geführt haben dürften, die Punkte, die dazu geführt haben dürften, dass xdb als bester CFD-Broker des Jahres 2023 vom Brokerwahl ausgezeichnet wurde. Hier einmal dann der Verweis auf die x-Station und genau auf diese wollen wir jetzt, just in diesem Moment einen Blick werfen und wir wollen beginnen mit einem Blick auf den Goldchart. Es wird ein bisschen, und das ist genau der Punkt, aber ich bin immer auf der Suche nach den aktuell heißesten Märkten für mein Trading. Das ist extrem wichtig, dass ich gerade eben das, was den Markt bewegt, entsprechend thematisiere, beziehungsweise für mich auf dem Schirm habe. Deswegen nicht so der Fokus auf Equities oder, also Equities Einzeltiteln oder beispielsweise auf Aktien, sondern ein bisschen global makroökonomischer. Und da sind wir dann eben vor dem Hintergrund des jüngsten Ausverkaufs in Gold, bei Gold, aber eben auch bei TLT. Das ist ein bisschen exotischer in Anführungsstrichen, das hat der eine oder andere vielleicht noch nie gehört. Das ist ein ETF. Wie gesagt, da werfen wir gleich einen Blick drauf. Wir wollen allerdings zunächst beginnen mit Gold. Dürfte für viele viel, viel greifbarer sein. Und also Gold jüngst mit einem richtigen Ausverkauf, folgend hier auf die FED und dann entsprechend eben den Drop und das Halten unter, da wir erinnern uns noch dran, 1930. Das war noch hier ein Gefühl in dieser Range. Wir liefen die 1900 an. Ich sagte, naja, wenn wir da unten jetzt halten, US-Dollar ein bisschen überdehnt. Vielleicht kommt eine Korrekturbewegung rein. Wir wissen, US-Dollar, Gold sind negativ zueinander korreliert. Ein Bounce könnte anstehen. Tja, und Pustekuchen, wir brachen tiefer und wir haben richtig Momentum auf der Unterseite aufgenommen. Wir wissen, Gold ist negativ korreliert zu Gold. Denn Gold als zinsloses Investment mit steigenden Zinsen unattraktiver. Das gleiche gilt übrigens auch für Aktien. Also Aktien auch aktuell unter Druck. Denn du hast einfach mal die Möglichkeit, jetzt eine Renditealternative anzusteuern mit anziehenden Zinsen. Zehnjährige Schuldtitel in den USA beispielsweise zahlen jetzt 5%. Gucke ich mir die Dividenden, die Rendite beispielsweise im S&P an. Nun, dann sage ich, weißt du was, ich habe einen guten Grund aktuell. Ein Großteil meines Portfolios Portfolios in langlaufende und festverzinsliche zu transferieren. Ich sehe Kapitalzufüsse einfach in Bonds an dieser Stelle. Und ausgehend hiervon eben Equities unter Druck. Das ist beispielsweise auch eine makroökonomische Überlegung. Aber wie gesagt, wir sind hier bei Gold. Wir sehen eben diesen scharfen Drop. Und scharfer Drop bedeutet an dieser Stelle, wir können ja mal die Tage zählen, die wir jetzt hier in Folge negativ geschlossen haben. Und zwar seit dem 25.09. hinten. Also das heißt, seit vergangener Woche, Montag ist es, haben wir keine grünen Vorzeichen mehr zu sehen bekommen. Wir haben jetzt tatsächlich sieben Tage in Folge negativ geschlossen. Und jetzt sehen wir allerdings zunehmend doch ein bisschen eine arg starke Extension auf der Unterseite. Um das vielleicht auch nochmal ein bisschen technisch einzuordnen, wenn wir hier den RSI uns mal anschauen, das ist der Relative Strength Index, können wir uns mal angucken. Diese stark überdehnte Modus, auf dem wir uns hier bewegen. Der RSI, der notiert bei 19,3 Punkten. Mal das mal zusammenstauchen. Da müssen wir schon ganz schön weit zurück gehen, um solch einen stark überdehnten Modus auf der Unterseite zu sehen zu bekommen. Tatsächlich müssen wir zurückgehen bis ins Jahr 2018. Hier, da können wir das erkennen. Da haben wir das letzte Mal in solch stark überdehnten Gefilden notiert. Damals Gold noch weit, 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 weit niedriger hier auf der Unterseite. Und auch dann mit einem relativ scharfen Bounce und einer Konsolidierung, die dann eine richtige Rallye auf den Weg gebracht hat. Hier mega wohl natürlich rund um Corona und dergleichen. Das aber nur mal so als Orientierung, um einordnen zu können, um zu verstehen, was es mit diesem Lauf jetzt aktuell eben auf sich hat. Darüber hinausgehend, wer über das Wochenende mal so ein bisschen sozialen Medien oder jetzt vielleicht auch durch den Feiertag, vielleicht gestern mal wissen, durchgescrollt ist, dann wird vielleicht auch ein Interview auf CNBC ins Auge gestochen sein. Das ist zwar englischsprachig, aber nichtsdestotrotz. Rick Santelli hat dort gestanden und hat seine Ausführungen zum Besten gegeben. Ist ja sehr, sehr charismatisch, sehr, sehr reichweitenstark, bekannt, ehemaliger Pit Trader und dergleichen. Und fabuliert dann davon, dass Zinsen seiner Einschätzung nach auf 13, 14 Prozent steigen können. Das ist natürlich eine, in Anführungsstrichen, Katastrophe von dem Hintergrund, ganz besonders der Schuldenstände, die wir in den USA sehen. Also nur, um das jetzt mal ganz kurz einzuordnen, ohne das grafisch zu hinterlegen. Ich hatte das heute früh zufälligerweise in einem Tweet gesehen von Zero Hedge, war es an der Stelle, von dem erwartet man jetzt auch nicht wirklich was Prosperienes. Aber nur, dass man sich das mal vorstellt. Wir haben aktuell, gestern alleine, durch diese Zinsen und diese Entwicklung, die wir hier zu sehen bekommen haben, 300, also etwas weniger, 250, 300 Milliarden, so in dieser Range ungefähr, Milliarden US-Dollar Schulden zugelegt. An einem Tag. Nur, um das mal ganz kurz einzuordnen. Die Schuldenstände in den USA, die waren mit dann der großen Finanzkrise 2008 im Bereich um roundabout 1 Billion US-Dollar und haben damals diese Schwelle überschritten. Das entspricht also innerhalb von einem Tag 30 Prozent der damaligen Schuldenstände, die wir jetzt zugelegt haben. Das ist exponentielles Wachstum, das ist für niemanden groß eine Überraschung, dem klar ist, dass exponentielles Wachstum und ein vielfaches Dramatisches sich darstellt. Es zeigt aber eben auch, wie unglaublich problematisch diese aktuelle Situation ist im Hinblick auf die weitere Bonitätsausblicke für die US-Regierung, beziehungsweise US-Bonds generell und dass die FED früher oder später eventuell sogar gezwungen wird sein müssen, um nicht den vollständigen Kollaps und auch den vollständigen Vertrauensverlust in den US-Dollar als Weltreservewährung eben zuzuverlieren, geldpolitisch expansiver agieren zu müssen, eventuell sogar in irgendeiner Weise Andeutung zu machen, ja, das war es mit Zinsanhebung, ja, wir haben den Dotplot einangebunden, aber es hat jetzt maximal, wie gesagt, zwei Wochen gedauert und dann sehen wir solche eine Eskalation, nicht, dass sie überraschen käme, nochmal, wer so ein bisschen ein grundmathematisches Verständnis hat, für den kommt das nicht aus der Überraschung, worum es aber hauptsächlich geht ist, dass jetzt auch jegliche reinkommende News in irgendeiner Weise in der Lage sind, einen sogenannten, massiven sogenannten Snapback auf den Weg zu bringen. Was meine ich damit? Nun, mal angenommen, heute zum Beispiel, wir gehen hier in den Kalender, werden ADP-Zahlen veröffentlicht, also Arbeitsmarktzahlen aus den USA für den privaten Sektor, Indikationen für die Non-Farm-Payrolls am Freitag, wir haben die ISM-Non-Manufacturing-Zahlen, hier eventuell die Preiskomponente, jegliche Enttäuschung, jeglicher Arbeitsmarktrink, der unter der Erwartung reinkommt, jegliche Preiskomponente, die unter der Erwartung bleibt und zeigt die Inflation eher weiter rückläufig, trotz der jüngsten Entwicklungen, die wir im Rohstoffbereich zu sehen bekommen haben, aber nichtsdestotrotz eben nicht direkt auf den Dienstleistungsbereich durchschlagen. Alles das in diese Richtung ist in der Lage, eine scharfe Gegenbewegung zu initiieren, einige Marktteilnehmer innerhalb dieses Short-Modus auf der falschen Seite zu erwischen, beziehungsweise Eindeckungen nach sich zu ziehen und genau diese dann eine scharfe Gegenbewegung zu initiieren. Die würde jetzt nicht das Bild aufhellen. Dafür möchte ich sehen, dass Gold zurückläuft über 1900 US-Dollar, aber ich denke, Gold hat eine sehr, sehr gute Chance, ein Pull-In zu sehen, beziehungsweise ein Retracement, ein Snap-Back zu sehen, der uns vielleicht innerhalb kürzester Zeit Richtung 1960, 1970 führen könnte. Nicht auszuschließen, dass wir natürlich noch einen richtigen Ausverkauf sehen. Unter 1800 gehen, aber die Chance-Risiko-Verhältnisse für Shorts, die werden zunehmend unattraktiver und diese Snap-Back, die werden sehr, sehr viel wahrscheinlicher und können eben durch diese Makro-Events, ADP-Zahlen heute 14 und 15 oder ISM-9-Mail-Factoring durch die jüngsten Gegebenheiten eben und dieses sehr, sehr arg einseitig-bärische Sentiment eben getriggert werden. Was ich auch auf dem Schirm habe in diesem Zusammenhang, auch in Zinsplay logischerweise, ist der TLT, das ist ein ETF, findet ihr bei XDB einfach über hier oben die Suchfunktion TLT. 20-Jährige und Plus-Bonds abbildend, hat auch einen richtigen Ausverkauf gesehen. Da bin ich aktuell noch sehr, sehr viel zurückhaltender, weil auch ein bisschen, ich sag mal, vielleicht nicht pathologisch, das ist das falsche Wort, aber ein bisschen komplizierter zu verstehen. Da muss man sich erst ein bisschen reindenken. Ich denke, Gold scheint straight forward, TLT ein bisschen, also erfordert sich damit, ein bisschen näher zu beschäftigen. Würde ich auch ungerne long sein wollen, unterhalb der 5-Tage-Linie hier, die haben wir wieder auf der 30-Minuten-Ebene. Also ich hätte allerdings das auf der Watchlist und würde sagen, sind wir in der Lage, in solch einem, auch hier, Snapback übrigens, also auch Daytrader, die werden diese Asset-Klasse sich hier näher betrachten, sind wir in der Lage, diese 5-Tage-Linie zurückzuerobern und drüber zu schließen, flattert die aus und dreht wieder nach oben, dann könnte hier in Verbindung mit einem dann sich insgesamt entspannenden Bild auf den Zinsmarkt, könnte sich hier in diesem Zusammenhang eine sehr, sehr scharfe Rallye deutlich zurück über 90 Punkte herauskristallisieren. Könnte eventuell als Swing-Trade durchaus interessant sein. Trading-Technisch wie gesagt, erst Gold, dann noch ein bisschen TLT. Das scheinen mir auf jeden Fall aktuell die heißesten Märkte zu sein, ausgehend von der Entwicklung im Zinsmarkt. Soweit meinerseits. Happy Trading. Passt auf die Subs auf. Wir hören uns morgen wieder an dieser Stelle. Ich freue mich drauf. Habt euch wohl. Bis dann. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.